Susanne Katharina von Klettenberg war eine deutsche Stiftsdame und religiöse Schriftstellerin. Leben Susanne von Klettenberg wurde als Tochter des Arztes und Ratsherrn Remigius Seifarer von Klettenberg geboren. Seit 1751 wurde sie von Friedrich Karl von Moser mit wesentlichen Gedanken Zinzendorfs und seines zeitweiligen Anhängers Friedrich Christoph. Steinhofer vertraut und wandte sich trotz kritischer Haltung der Herrn Hutter Brüdergemeine zu. Sie war mit Goethes Mutter Katharina Elisabeth Goethe verschwägert und befreundet. Selbst erkrankt, half sie dem jungen Goethe 1768-1769 still während der Rekonvaleszenz in Frankfurt nach seiner im Juli 1768 in Leipzig erlittenen Erkrankung. Goethe war von ihrer Toleranz und differenzierten Religiosität so beeindruckt, dass er ihre Schriften und Äußerungen in seinem Werk Wilhelm Meisters Lehrjahre an zentraler Stelle ausführlich verarbeitete. Mit ihr studierte er auch Werke der Alchemie, mit der sich Susanne von Klettenberg intensiv befasste. In Goethes Darstellung spiegelt sich auch die Geschichte ihrer von 1743 bis 1747 bestehenden Verlobung mit dem eher weltlich gesinnten Johann Daniel Olenschlagert. Die tiefgläubige und zugleich vital hochgebildete Frau war Stiftsdame im St. Katharinen- oder Weißfrauenkloster. Sie war die Nichte des alchemistischen Hochstaplers Johann Hektor von Klettenberg und befasste sich selbst mit Alchemie, Werke, der Christ und die Freundschaft, 1754. Sie war die Nichte des alchemistischen Hochstaplers Johann Hektor von Klettenberg und befasste sich selbst mit Alchemie, Werke, der Christ und die Freundschaft, 1854.